Lange der Kamera ein Foto machen, keep it real mit meiner geklauten Kamera mit den 5 Megapix in der Saison mit dem Handy ich meine ja 20 aber ist ok ja ich weiß hier wird's schlecht, keine Ahnung wie alt hier ist hab ich letztens gefunden obwohl die ins Ohr gehst du'n so, alles haben wir jetzt erstmal so ein bisschen auf Tasche scheiß Kamera Hi! Wo ist der Stein? Kann ich suchen? Ja Stein Ok Wenn ich wieder anfange zu weit weg zu gehen dann sag mal, es ist ja kalt und heiß ja wo bist du denn? beim Boot ja kalt vorhin war's wärmer mhm ja wärmer Kommen die eigentlich in dieses Druster reinstecken? ich hab's probiert aber leider ging nicht ja ich hab's hier oben probiert weißt du ja so rein klatschen lassen aber das ist wie ne Wanki oh da bist du schon wieder auf dem Asteroiden hier auf dem Asteroiden hier ne auf dem Asteroiden ist es nicht ist auf unserem Asteroiden nirgends auf dem Asteroiden? auf unserem auf unserem auf unserem ja aber nicht auf dem kleinen ok aber nicht im Höhlensystem ne ne ok wo bist du denn? du bist so gerade rum geflogen wah? ne das ist in der Nähe vom Schiff ja definiere in der Nähe 100 Meter oh interessant na hm hm im suchen sind hm was im suchen? was im suchen? im suchen? ah oh nu oh du wirst dir den Stein wachsen lassen hm Prozent also er hat ich hoffe es stört euch nicht ich hab hier hinten ein Loch Warte was ich bin hier aus den Australien rausgebrochen ich habe mich rausgebohrt ich werde mich verlaufen das ist legit ist neu Schöpfung ist mir egal okay rein ins Boot eine machen wir noch mal eine Runde machen wir noch hoch Prozent alles wieso brauchst du da Sachen ab das ganz genau macht doch hier irgendwas kaputt naja er baut irgendwas ab zwei Blöcke dann baut er dann lässt er den Stein reinflöten und baut was drüber dann spürst du die dann können wir es bei dem Boot aus dem Land noch nicht gehen warte mal ein bisschen hier drüber müsste der der Ding entzwein wird ihm nie auffallen ja ich hab ihn den du darfst es ja noch nicht mal suchen du hast geschummelt ich darf noch mal gib mir den Stein wieder du hast geschummelt das geschmult besonders man sieht ihn schon wenn der Wasser nicht kommt ich wollte nicht mehr was für ein Schiff machen ich wollte nicht mehr ich wollte nicht mehr warum hast du den Scheiß da ich höre ich so oben Grinder macht den auch bestimmt hier irgendwo ich kann sogar das die Ecke durchnehmen ja ich hab geguckt, den Stein da ist naja, das wäre ein bisschen unfair wenn man den nicht sehen könnte Gewehr das ist tatsächlich nicht immer richtig wir müssen uns mal überlegen was wir jetzt nächstes bauen damit wir wieder Sachen in Produktion geben können Nein ich hab ein Geschenk für dich ich mach noch eh ähm Server außen ja trotzdem es erhöht ja nur den Raffanerick Speed wir haben noch jetzt zu viel wir haben ja noch ein bisschen was wir haben noch eine halbe Stunde halbe Stunde noch? ja oh ja du machst einen Stein los okay kakakakakakakakakak nicht schmolen wie Spaß ist kenn wir gar nicht na wohl Nein. Das wäre ich doch. Weiß was ich... Kevin? Ja. Hahaha. Hahaha. Ja, aber wir wollen zu setzen, nicht fast. Nicht ins Boot setzen. Mhm. Mhm. Tust ja auch gerade bloß. Mhm. Okay. 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 Warte. Uh. Warte, warte, warte. Gleich. Gleich. Okay. Ich darf bloß nicht vergessen, wo der ist. Gibt's einen Tipp, in welchem Radius ums Schiff? Äh, ist unbedingt ein ganzer Astrogin verteidigt. Ich weiß nicht, welcher Radius das jetzt ist. 2,5 Meter, glaube ich, so ungefähr. Ist auf unserem Astroin, ja? Ja, ja, ist noch an unserem Astroin. Ich darf die nicht aus den Augen verlieren. Nicht, dass sie jetzt zu weit weg. Nicht, dass ich vergesse, wo der ist. Ich bin verlaufen. Bist du in der Höhle oder weh? Nein, ich bin nicht in der Höhle. Ich bin eine Astroin, aber ich habe mich trotzdem verlaufen. Fertig. Hast du es gefunden? Nein, der ist doch rumgeschwebt, oder? Ich wollte dich zu weit im Weltall verstecken. Okay, alle wieder zum Schiff. Ui! Ich wollte ihn erst in der Höhle verstecken, aber die habe ich erst danach erkundigt. Was? Wir müssen uns hier umdrehen, Kevin. In die Ecke stellen und umdrehen. Das ist jetzt die neue Regel. Hör auf, hör auf, hör auf. Ah, jetzt muss ich hier wieder spawnen. Oh! Fast schweig, siehst du? MP. Nein, du musst den Construction Component safen von der Lampe. Nein, der bleibt doch eh hier. Nein. Hm. Hi. Ja. Hilfe. Out to help 101. Okay. Erstmal lichter machen. Erstmal lichter machen. Erstmal lichter machen. Meine Haare riechen gut. Nach Haaren? Meine Haare, ja. Nach Haare? Meine Haare. Nach was riechen du? Haare, Haare, Haare. Können wir so räumen, oder nicht? Soll ich was sagen? Ja, ihr könnt. Puh. Oh, von wo kam er? Da kam von hinten! Oh, ja. Weird. Du sagst, da waren mal irgendwie Thruster. Wo sind die hin? Irgendwas easy. Ich hab in die Seele. Du bist schlecht. Los! Alle nach hinten in die Ecke. Da hinten rein in die Ecke. Da hinten rein. Da hinten rein. Los! Da zur Seele. Geh zur Seele. Auf! Die Staub? Rein ist noch, nein. wir haben das mit dem bild wie heißen die dinger auf schiffen oder hießen die so weiß ich nicht weiß auch nicht mehr muss sie mal aufmachen die musch ihr kennt ist in der Nähe vom Schiff so 100 150 Meter vielleicht weg in dem Radius könnt ihr suchen ich kam auf den Arsch der Stein ihr seid ziemlich kalt nur seit, aber auch Fenster offen ihr werdet immer kaltere in der Richtung kalti 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 ca kalti 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 Kryptander ja wo du bist, Alex, wo du zuguckst. Ihr seid einfach kalt. Oh, warm. Ah, da wird ganz schön warm gerade. Ich, ich, ich. Guck. Übelst kam auf Lattes Ding, ey. Wo war er? Korn zum Schiff. Ach, wie sie. Naja, zu unserem. So, das hier? Ja, jetzt bin ich. So, das ist Alex. Keine Ahnung, der war wohl nicht überhaupt. Ja, der war dahinter. Ja, okay. Sie sah halt aus wie so ein Background-Ding, sie weiß es. 150 Meter, das sind hier schon. Das sind 160 Meter, ja. Ja, ich hab nichts drauf gehabt sehen. Bei 100 Meter. Voll nicht rum. Voll nicht rum, du Spaß, ja? Pasti. Los, rein wieder ins Loch, Kevin. Ich bin auch schon im Schiff. Aber ins Loch müssen wir rein. Ja, ich guck grad. Hallo, wer's sehen? Das ist das... Versteckeloch unter dem drehen. Hä? Oh. If to go deeper. Äh. Die müssen uns stapeln, Kevin. Mach mal schon. Oh, oh! Nein! Der wird nicht stapeln. aber ich deutsche Kreissäge nöt aber gut getötet ja ich habe aufgehört zu laufen einmal der Kreissäge für das ist ein Bild Prozent das bunt die Köln nach links auch für kein Strom nach rechts da denn es ein plöpp ist gehe ich davon aus dass er sich irgendwo nicht versteckt da ist er wo war der wo war der der war einfach jemand auf dem asterin oben drauf drauf gelegt der hat nie versucht irgendwas zu machen auch der wort einer super super deutschland spielt morgen ja gern okay freunde stay tuned Wir warten darauf, dass Sachen raffineriert werden, aber eigentlich haben wir glaube ich schon sogar ein bisschen auf Tasche inzwischen.